Prinz Andrew, unangenehm. Bei Charles und X-27, wird er ausgebot. Prinz Andrew, 63, ist auf seinem Weg zur Krönungszermonie ausgebot worden. Wie der britische Mirror berichtet. Kamen aus der Menge an der Prachtstraße Semmel immer wieder Buhrufe, als er im Auto zur Krönung seines Bruders König Charles, 74, in der Westminster Abbey gefahren wurde. Bei der Krönung spielt der in Ungnade gefallene Royal keine Rolle. Er darf zwar beim Gottesdienst dabei sein, aber wird abseits der Königsfamilie sitzen und keine offizielle Aufgabe haben. Er ist nach den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen kein arbeitendes Mitglied der Royals mehr. Andrew bestritt die Vorwürfe von Virginia Geoffrey, zahlte aber Millionen in einer außergerichtlichen Einigung im US-Zivilverfahren. Verwendete Quelle, Miracook.